Willkommen zurück bei let's go amerikas next wombat edition 3 Willkommen zurück in Dark Souls 3 Willkommen schleimige dinger ja heutiger plan ist kann ich dich angreifen kann ich dich angreifen Du mich? Du sagst am Turm ist ne Leiter? Ja Bin ich grad doof? Ja Bin immer doof ne Hey ne ohne scheiß Pass auf wir finden die Passage runter Ja ja diese dieser Dann seh ich die große die großen Steintore jo Ja so dann musst du einfach nur in der gleichen Richtung als wie du zur Tür läufst musst du am Turm entlang gehen Ach meinst du dort ach so Ja die Leiter ist am Turm dran Ja aber du meinst nicht direkt den rechten Turm den meinst du nicht Was doch Der einzige Turm der da ist in aller Nähe Ja Fast die und ich meine nicht die dünnen Türme sondern den dicken Den dicken fetten Den dicken fetten Den dicken fetten Der unrunde Ach der ist gar nicht rund Nein Ach du ma Ach da Ach da Ach da Ach da Ach da Ich bin vergiftet Uli Uli F**ing shit Ähm ähm ne französisch war noch nie mein Ding Das war französisch? Das hat nicht französisch gewesen Das war ganz französisch Hä was habe ich ihn gerade aufgehoben? Ein Estos Flakon oder was? Sonnenlicht Talisman Schüsch Ich Du redest ja vom dicken Turm Alter was ist das denn für ein Vieh? Ich habe Angst Ich bin todeslangsam hier drinnen Ich glaube das ist mein Todesurteil Boah ich habe 26 schwindende Seele Ne Crazy shit Du siehst keine Agro? Du sagst es ja Du sagst es soll am Turm lang gehen ne? Mhm Also ich bin jetzt am dicken Turm An der Außenwand lang gegangen Und da sehe ich keine Leiter Bist du behindert? Ja Der Turm hat Ecken ne? Jaja der hat so komische Ecken jo Wow du bist echt retarded Das ist nichts ja nicht Ich bin todesretarded Digga Das sollte dir aber Da ist der scheiß Leiter an dem Ding Das sollte dir aber nach ein paar Jahren äh Bekanntschaft Ja Bekannt sein Junge Kollege Wie siehst du diese scheiß Leiter an dem Ding? Ich glaube ich bin echt boosted Ja boosted Ich bin echt totes Ich glaube ich schick dir gleich ne Whatsapp Video wie ich die nicht finde Haha Mach mal Ey die ist hier wirklich nicht ich schwöre aber auf alles Wie sieht der Turm aus? Ja das Der hat so Der hat so ganz viele Ecken so Weißt du also so So Einkantungen Genau Also der ist mega breit Turm ne? Der ist mega breit jo Bist du einmal rumgegangen? Ja bin ich Ohne Scheiß Du siehst die Leiter nicht Ist der Turm rechts oder? Ja das ist Du meinst den rechts ne? Der ist ja ziemlich groß Ja ich meine den rechts Den rechts Den rechts Jaja Weißt du den links rechts schwächig Nein nein ich guck schon rechts Ich guck schon rechts Alles cool Ja gut Aber Ja fuck off Ja fuck du auf ey Halt mal Halt mal dein Maul Die Vergiftung killt mich gleich So pass auf Stell dich mal zwischen die Steintore Bei dem Boss Ja warte Dann guckst du zum Turm Guck ich zum Turm Zum kleinen oder zum Dicken Zum Dicken Großen Zum Dicken Großen Und dann läufst du geradewegs ihn zu Und da soll die Leiter sein Nein Nein Dann läufst du links An ihm vorbei Links Und da an der Seite Die linke Seite In der du dann bist Nicht die nächste Und auch nicht die übernächste Sondern dann die Seite Gott ist die Leiter Mittig Abstehen Mittig abstehen Mit ner Laterne Darst du nicht überstehen Gott ich bin so behindert Ja Holy Shit Wie konnte ich denn da vorbei rennen Holy Moly Alter Also Leute die Also die Leute die das jetzt gesehen haben Glaub das schneide ich raus Einfach alle Alle sind gestorben schon Weil die einfach Die sind einfach Die haben sich Die sind einfach verreckt davon Dass ich sie einfach nicht sehe Holy Shit Alter Ich bin echt Boah Es ist echt traurig Mann Ey das ist ein Leuchtfeuer Cool Ja Aber mein Zeichen hast du nicht gesehen Jo da liegt ein Wolf Ja Lebt der? Nein Probier ihn bitte nicht zu schlagen Oder probier Schlag ihm mal Schlag ihm mal Ne zu altem Wolf von Pharon beten Etikette der Legion Ich hau ihn lieber nicht Bitte darum den Eid leisten zu dürfen Was für ein Eid ist das? Ja ich hab keine Ahnung Fahre uns Wachrunde Achso jetzt Inversieren die mich nicht mehr Ne? Lass die Beweis des Eids erhalten Wolfsblut Gras Klinge da gebieten Ich biete einfach mal zwei da Der Eid ist jetzt noch tiefer ergeben Kann das sein dass das da waren? Dass da was war's? Ne geht gar nicht Ja schon gut Nein fahr schon Fahr mal rechts Da an dem Wolf ist ein Fahrstuhl Fahr mal da hoch Jo Hm Soviel zum Fahrstuhl der hier nicht ist Musst du mich verarschen? Musst du ihn erstmal rufen Nein nur der ist nur nicht Der ist nicht auf Der ist nicht unten Das meine ich Oder nicht Ja ja Oder wie auch immer Ne der atmet nicht Ne der atmet nicht So wie ich bin Ist es jetzt Es ist jetzt Kurz vor 8 Ich fahre Mit meinem Fahrstuhl Und mein Fahrstuhl fehlt mit mir Din 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 Wiener hoch Oh lol Was denn? Wie weit oben man einfach ist Mhm Holy Shit Ich hab's gemacht Lol das ist voll cool Du bist einfach am Sonnenlicht man Oh ne das ist der Asyldämon Ja Ist der einfach? Ach mal Zeichen hast du wieder nicht gesehen oder? Ah lol Kann man aber auch hier leicht übersehen Ich bin menschlich Unten direkt nach dem Fahrstuhl Achso Ne ich seh's ja auch nicht ne? Ach crap Ja dann Kannst du mich nicht? Also kann ich dich nicht rufen meinst du? Ich klick's mal oben auf die Treppe Ja Achso Ansonsten Ansonsten Musst du den alleine machen Ja ja schaff ich schon Sag mir schon wenn du gelegt hast Hab ich Achso jetzt die Treppe hoch ja? Ja Ja oben an der Treppe Vorletzte Stufe meine ich Sieh's Ich würde mich einfach mal Ich würde mich fragen ob du meins siehst Obwohl ne warte mal Ich nehm's mal meinst du da weg Ne ich seh's nicht Ne ich seh's nicht Nice Dann ist das wirklich so dass du Wenn du den Boss schlägst Den Gebietsboss Ja Dann dass man nicht mehr zusammenspielen kann Jupp Jupp Ist das der Boss schon der Typ? Ne ne? Welcher? Na der Asyliemann ist nicht der Boss wahrscheinlich ne? Weiß ich nicht Keine Ahnung Aber ich hab ihn getötet Vielleicht deswegen Aber dann Könntest du mich ja rufen Weil du hast den ja Ich frag mich halt gerade Ob ich den wirklich besiegen will Ja für Dingsbums Ring Ja Sieht mir halt schon richtig aus ne? Aber wenn er die gleichen Angriffe drauf hat Blut Hat er nicht Großax Ah lol Siehste hier findet man die Großax Yo Ja aber ich hab die getroppt bekommen Von dem einen Gegner schon Lord Ich bin Half-Life nach einem so nem Spuckangriff Nice Nice Ich hör jetzt mal Ja Digga Das kann ich gerade Du kannst das Ding gar nicht dodgen GG Ja doch klar kannst du Nur der Flieger will labern Muss erst mal auf seinen Pattern klappen Er hat mich gegriffen Ich bin tot Ich bin tot Wie weit ist er Weiß ich nicht Ich denke es wäre immer gut Ah ich will einfach hinter ihn Ah fuck er greift mich Nicht cool Ja Ich glaube ich weiß was du meinst mit äh die stehen auf einmal vor die und greifen mich Nein Ich hatte ihn fast Oh fuck man Ah Scheiße Ich hätte noch einen schweren Angriff gebraucht Ach Kacke Ein bisschen Dreck Shit Das Ding ist Ja fuck Das benutze ich jetzt Gluten zu besiegen Das Ding ist der macht Der tüttet mich sonst instant Yo ich muss mich sogar glutglutglutglutglutglutieren Weil ich sonst Insta down bin Okay geht Woher mach ich das Aber egal ich hab jetzt ne Taktik einfach hinter ihm stehen Dann passt das Dann spuckt dir die scheiße Spuckt dir die scheiße nicht auf einen rauf Müsst du dir sicher Ja eigentlich schon Nice Ja siehst du da oben findet man die Großachs Siehst du die Großachs hab ich jetzt zweimal Hallo Hey Leo Hey Leo ne Die Großachs kann man ja finden Also Als richtiges Item so Ja Die habt ihr ja beide gefunden Weißt du was lustig ist Ich hab diese Großachs einfach gedroppt bekommen von dem Gegner Die kann man auch droppen ja Ja deswegen Die haben voll viele Gegner Yo deswegen ist es voll lustig Weil Wolf mir halt sagte Dass man die finden kann Ich hab die halt noch Ich hab sowieso die beste Stärkewaffe von allen Ich hab die halt noch gar nicht gefunden Hä Ich hab sowieso die beste Stärkewaffe von allen Welche Ja Hm Welche Das Rauchultragroßschwert Geh geh Was für Großschwert Ja das ist Warte ich text hier Äh bist du Achso Achso Ja Bist du Hast du bei der Feuerwächterin da gemacht? Wie bitte? Hast du dich befreit von den Siegeln? Ne Mach das Aber Leo äh Mitchell hat das ihn machen Ja trotzdem Warum Nein er greift mich ja das hat daran gelegen letztens ja das darf ich jetzt erstmal hübsch zählen und zwar 80.000 wo seid ihr gerade ich bin in den katakom ich habe die seele eines das siegel bekommt man wenn man die kostenlosen level nimmt genau das heißt also eine ausfüllung pro tod pro siegel das heißt wenn du fünf siegel hast du fünf ausfüllung pro tod du kannst aber auch jetzt da ist eine frau wo der typ stand ja da kannst du sogenannte läuterung steine kaufen einen dabei den kann ich dir gleich geben nachher mit denen kannst du auch deine ausfüllung aufheben aber nicht die siegel ich habe einfach die siegel weggemacht fertig geh mal auf status ja aushüllung 10 aushüllung 10 okay gut wenn da bis 10 sind dann geht es klar wie viel hattest du denn er hatte 99 leo hatte 99 leo hatte 99 du kriegst pro tod fünf stück das ist zu viel also bin ich nur zweimal gestorben oder was ja sag bloß dass dieser drache lebt wenn du hast bloß ein also geh mal in das inventar ja warte 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 zurück da 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 so inventar und dann ist das drei wichtige gegenstände glaube ich dunkles siegel ja wie viel hast du davon fünf ja siehst du genau du kriegst fünf dings pro ja nice ich habe zwei große digga hier ist hier ein drache ne also so ein versteinert oder so ein toter wie auch immer aber dann kriegt man die nicht mehr ne wenn man was dann kriegt man die nicht mehr ja ja gut ich habe gerade den den zauber blitz sperr das einzige an an dem an dem zeug ist an der aushüllung ist ab 15 aushüllung kannst du eine waffe mit 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 pro jahr das bewaffnet holen durchwürft dann hast du aber